So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Grusel mit mir. Und zwar heißt es Spiel Pizza Delivery Interactive Fiction oder so. Ähm, ja, ganz ehrlich, das Bild macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Obwohl, das ist an der Pizza so schlimm. Das ist die 2.0. Ich glaube es gab eine 0.2 ist es. Es gab eine 0.1, aber die soll nicht so gut gewesen sein, deswegen spiele ich hier die 0.2. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Erstmal Controls, WSD to move. Okay, also nur laufen eigentlich. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Click to continue. Würden wir mal tun. Dafür, dass ich die Grafik auf Ultra gestellt habe? Naja. Was gibt es hier? Ah, hier ist... Was ist das? Meine Pizza. Ah, okay, ich kann meine Pizza sehen. Jetzt ist sie in dem Tor drin. Da ist mein Moppet, mein Motorrad. Da hinten ist nix. Auch schön. Naja. Gehen wir erstmal ans Haus. Sieht ja ganz nett aus eigentlich so. Da kann man schon mal reingucken. Okay. Woh. Ding dong. Wer ist da? Pizza. Oh, ich bin oben. Bitte komme rein. Dauert eine Minute. Iiiiih. Was ist das? Iiiih. Oh. Place the pizza on the table. Auf den Tisch hier. Boah, wie das so feier aussieht. Boah. Sie hängen... Iiiih. So Bilder würde ich mir nie ins... Wohnzimmer hängen. Oder was das hier ist. Boah. Äh. Lol. Ja. Das ist die neue Erfindung. Müll weg 2000. Gibt's zu kaufen bei Amazon. Guck mal hier. Komm ins Fenster rein. Wunderschön. Boah. Ich dachte ich komme nicht mehr raus. Höh. Ah, okay. Jetzt haben wir die Pizza hingelegt. Was gibt's hier noch? Ich will noch nicht hochgehen. Erstmal hier aufs Upchain. Lol. Wieso ist hier alles dunkel? Okay. Crap. Ach, nur Poping wisst es. Kenn ich nicht. Was? Was geht denn jetzt ab? Alter, ist das gerade ekelhaft. Ja, nimm doch das Licht. Bam. Nimm doch... Soll ich vielleicht hoch? Ich kann nicht hoch. Bäh, ist das ekelhaft. Höh. What the fuck was that? Jetzt. Jetzt haben wir das Licht. Gut. Boah, ist das... Ist die Musik ekelhaft. Jetzt können wir auf einmal hoch, ne? Schön. Boah, eine Actionfigur gibt's hier auch. Aha. Boah, die Musik ist gerade echt ein bisschen laut. Äh, wo ist denn die Frau? War die nicht hier oben? Da liegt ein Dollar. Got money for the pizza. Pizza. Gut, Geld haben wir jetzt schon. Gibt's hier nix. Doch, schlaf mal ne Runde. Äh. Lol. Da müssen aber bei ein paar Bugs gefixt werden. Maybe she's downstairs. Gibt's hier ne Treppe nach unten? Nein, ich hab keine gesehen. Hör vor. Ich dachte gerade, das wäre... Äh. Oh, mein Herz. Oh. Ich dachte gerade, das wäre mein Handy gewesen. Moa. Mein Herz, was war das? Mommy? Ihh. Mommy, where are you? Mommy? Mommy? You sent you in the take-home, Mommy? Mommy? Wird die nicht rollen, oder was? Was? Das kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Pizza. Like, äh. Sore zu. Plus. Off-Pizza. Keine Ahnung. Die Pizza offen. Wir können essen. Lisa. Was? Pizza? Ja, ich... Dich halb. Das ist nicht gesund. Was soll ich jetzt machen? My heart can't take this anymore. I need to stop moving. My heart. Nothing's real. Soll ich jetzt hier stehenbleiben, oder? Don't walk or you will die. Wait till your heartbeat comes down. Also, ich soll jetzt stehenbleiben, bis mein Herzschlag runtergeht. Also. Dass mein Herz nicht mehr so schlägt. Dann machen wir das noch. Kann ich auch gleich mal was tun? Bis jetzt super Spiel. Außer ein paar Bugs. Naja. Okay. Es wird dunkel. Jetzt. Ist es vorbei? War das ein Albtraum? Bin ich immer noch in dem Haus? Schlaf ich im Bett? Oder so? Okay. Jetzt sehen wir wieder was. Zumindest. Oh, man. Alles so ekelhaft. Iiih. Gott. Was ist das? Was ist das mit mir? Ich muss einen Schlüssel finden. Ja. Wo soll ich denn jetzt einen Schlüssel hernehmen? Die Candle ist out. I need a matchbox from upstairs. Ah, okay. Also, ich soll jetzt, ähm. Diese Streichhölzer holen. Dass mich hier wieder irgendwas anschreit. Ah, ich hab sie. Okay, steht nichts hinter mir. Alter. Alter. Was ist das? Die Poppe des Grauens. I know what you are looking for. Don't let him entlave you. Ja. I will set you free. Follow me. Folge mir. Wo sind die? Da. Ja. Super animiert. Ja, was denn? Von Main-Docky. Was? Ach du Scheiße, was ist das? Wo ist denn hier ein Klosett? Wo ist... Wo ist hier ein Klosett, Mann? was? Nein, 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 nein. H aren't you sorry. Ist das hier ein Closet? Ja! Gut. Hier kann ich mich verstehen. How did the pizza get there in there? What the f... Alter! Wo bin ich jetzt? Äh... Spiel wir jetzt hier Super Mario Galaxy oder was? Folge den Pizzaschritten. Die fliegen können. Okay. Wie viele Salami-Stücke auf den Pizzan sind. Boah, da sind ganz viele Pizza-Stücks. Oh mein Gott, was ist das? Äh... Oh mein Gott, wie krank. Und da hat das Mädchen eine Halbglatze im Endeffekt bekommen. Okay. Dann war's das jetzt auch schon bei dem Let's Play. Ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen länger. Ganz ehrlich. Aber okay. Schockmomente waren dabei. Ich find's nicht so schlecht. Auf jeden Fall würde ich mir die nächsten Visionen downloaden, wenn ich sie finde. Wenn's die gibt. Ich denk mal, da wird noch ein bisschen was dran rumgeschraubt. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.